Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Heute sage ich euch mal alle Informationen für den morgigen Stream. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir. Also, das nicht, ich brauche das hier. Das kann weg, das brauche ich nicht mehr. Das ist vom letzten Mal. So. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Also, wie schon gesagt, morgen ist ein Stream, der geht drei Stunden. Weil letztes Mal habe ich ja keinen Stream gemacht, weil ich da keine Zeit halbe hatte. Und ja, dafür wird jetzt ein neues drei Stunden Stream gemacht. Also, wie schon gesagt, drei Stunden Stream. Ihr könnt wieder mit mir über Discord reden, so wie immer. Und ja, dann das nächste ist, ihr findet alle, ähm, alle wichtigen Infos findet ihr, äh, was ist denn das? So. Alle wichtigen Informationen findet ihr in der, ähm, Stream Beschreibung. Und ja, so. Das nächste ist, ähm, ein Moment, lass uns kurz überlegen. Ach ja, wie schon gesagt, der Stream wird morgen drei Stunden gehen und, ähm, wartet, was war das noch? Ich habe, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen darf. Ich glaube eher nicht. Also, ich glaube, das darf ich auch nicht zeigen. Ein Moment. Nein, ich darf es auch nicht sagen. Okay, egal. Also, wie schon gesagt, es wird ein neues Hamburg Special geben. Also, ein Update geben. Ich weiß noch nicht wann. Den, ähm, Game Pass werde ich mir eventuell kaufen. Muss ich gucken. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, dann würde ich eigentlich auch so sagen. Das waren alle wichtigen Infos, aber ihr, ähm, ihr habt ihr, wie ich schon als erwähnt, das geht, ich sage jetzt noch mal, alles ist mit ihr versteht. Also, morgen wird es ein drei Stunden Stream geben, weil ich letzten Sonntag kein Stream gemacht habe. Weil ich da was zu tun hatte. Ihr findet alle wichtigen Infos morgen in der Stream Beschreibung, was morgen erscheinen wird und ja beitrag gibt es auch noch wird deutlich wird es auch bei es gibt auch einen beitrag natürlich auf youtube und ja auf disco können wir eben zu reden ich muss überlegen weil ich hat hat man für morgen für morgen habe ich etwas besonderes vor lassen doch das ja jetzt so jetzt also ach kommen egal wie schon erwähnt es wird etwas besonderes geben also es wird eine besondere zeit geben lasst euch überraschen ihr erfahrt ist danach morgen im stream und ja dann würde ich eigentlich schon sagen machen wir wie immer unser gewohntes herz kommt das passiert mir immer besser geht besser aber ich habe ein bisschen zeitstress aber das hätte ich wieder natürlich für euch für meine lieblings community community erweckt und ja dann würde ich eigentlich auch schon sagen sehen wir uns im stream morgen und ja dann würde ich auch schon sagen habt noch einen schönen tag bzw schönen abend oder wie es jetzt und ja dann würde ich auch wünschen sagen tschüss